Hallo, ich bin Thilo Willach. Ich wohne in Koblenz und spiele Tenorsaxophon im Herrenzimmer-Saxophon-Quintett. Hallo, ich bin der Thorsten Thomas aus Köln und ich spiele Tenorsaxophon im Saxophon-Quintett-Herrenzimmer. Ich bin Pascal Bartuschak aus Köln und ich spiele Altsaxophon im Herrenzimmer-Saxophon-Quintett. Hallo, ich heiße Max Schwöder, ich spiele Altsaxophon im Herrenzimmer-Saxophon. Ich bin René Lankheit, komme aus Mahl und spiele Barrett-Umsaxophon. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020